Wir freuen uns, dass ihr unseren YouTube-Kanal eingeschaut habt. Uns wird auch sehr gefroren, wann ihr uns sehr gut werdet, wenn ihr unten den Subscriber anklickt. Wir haben auch unsere WhatsApp-Nummer, die ich euch hier mal abschreibe, das uns mal Bilderscheidchen, Videos, vielleicht sogar mal ein Zeugnis. Wir beten doch fair, dass all unsere Videos möchten einen Sehen für ihn sehen. Sollten wir vielleicht mal organisieren. Vielleicht sind das eine jüngere Menschen, die wir selber organisieren wollen. Und das wird sehr schmack sein. Vielleicht kommen wir uns auch mal in Paraguay treffen, vielleicht mal in Bolivien, vielleicht Argentinien, vielleicht in Brasilien, vielleicht in Mexiko, Kanada, stets, vielleicht in Deutschland, in Russland. Eines der Auskundung, das wir selber geben. Aber von der Möchte, die wir alle anderen hier ansehen. Das ist ein kleiner Strand. Ein kleiner Strand, kleiner Menschen, als ob wir nicht einen Buss gewesen sind hier. Stell dir mal fair, du hast so eine kleine Strand hier, und du bist ein kleiner anderer Mensch als ein anderer. Lass, meine Frauen, eigentlich unsere Freunde, die würden hier ein bisschen betätig wohnen, alle helfen. Sollte ich ein kleiner Strand hier, ein kleiner Strand. Andere Jungen, die man immer merkt, ist ein kleiner Strand, dann würde ich hier Fähnen wahr schmelken. Dann würde die Jungen hier Seierspäle looten. Und ich würde mein Deutsch-Hauptspäle. Seierspäle fängs im Sand rauen. Fähne graut, der Leicher grobe hier im Sand. Den, wo Fähn gelatert ist. Hier sind keine Steine, nüch. Ich sehe nicht einen Stein. Und vor 100 Meter wieder, du hast den Strand ganz viel Steine. Gleich angedreht als dick. Das ist besser, das ist rein in das Wasser. Ich glaube, ich lebe ich aus Sista-Water. Du hast Szent-Cement nicht an das Water an. Das ist bloß ganz, chloret, Water. Und du sind auch sehr viel Fäschspäne, wenn du da wieder nachforscht, du bist sehr viel Fäschspäne. Zum Stäune, dass die kleine Menschen sind, ne? Das ist ungefähr 10 Kilometer nüchtern, wo wir wohnen in Ontario. Das, als ich habe in einem vormen Video gesagt, das war bei Ontario. Halben war ich von uns, wo wir wohnen, von Toronto, Bad Winnipeg. Und sie werden da halbierwelle. Wenn die Mord-Fänen zu sein, wenn sie in der Natur, dann kiegt die doch mal das Reef hier. Das ist ein Fluss, wo die hier, die ich im Zond schäle, das und dann da in die große Leerchen anschaelt. Fänen, das kommt von Zond. Wow! Ich will hier ein bisschen ranen, so dass ich das hier nicht zu lange in Wiese bräuchte. Wenn ich hier richtig zu sein, dann werde ich ein bisschen hopsen. Oh, das ist das Fluss schmuck. Schau mal an der Rechte kant, die Zond da auch. Blaus schmuckke Natur. Und dann kann man keine Fout stoppen, ich bloß meine Hänge mit. Ich sehe hier das Fluss, der Reef hat dann, das ist das, in der Groen der Leerchen. Und dann wird hier auf den Zond nachkauen, dann wird hier draufkennen, und dann wird die Zond nachkauen, und dann wird hier auf den Wouter. Wow! Kiekt, wie hier die Zond schäle. Wenn man immer das Zond anmeren, und cement anrieren, das ist das nicht so. Kiekt, ich will hier die Zondstraße, und ich meine die Leerchen. Lüß, mach mich so. Wow! Ich habe ein bisschen, goeie geräumt hier. Dann muss ich dir noch bloß anwiesen, weil die Päne gelotet hier ist, die Pärme Du hast bloß Die Päne ist ein lecker Zond, das sieht aus wie ein Cement ist Aber das ist ganz frischer Zond Wenn ich hier ein bisschen überraschgehe, dann kann es die Spore hier sein, wo ich hier gewohne sehe Jetzt Ich sage hier noch mal ein paar Päne, gerade die Steine durch manchem Zond lege Es ist nicht so schlimm, das ist ein bisschen überraschender Ich sage hier noch eine Steine, hier ist es Gehen wir für mich, die Steine Aber ich sage hier noch keine Steine Das ist eine gute Idee Ich sage hier noch nicht, das ist aber Ich sage hier noch eine Steine vor Ort Ich sage hier noch, die Steine Wir schauen mal an, wo das ist Wow Wir sind jetzt hier in der Heimler, die wir hier stehen, Ich weiß nicht, dass ich einen Barsch zu gehen habe, mit meiner Früthaube. Aber ich konnte es hier anziehen. Aber ich wollte hier aufwärts. Ich wollte mich nicht, wenn ich meine... meine Fiefe verlehrt oder die Rüthlappe habe, wo ich nicht mehr Videos machen kann. Aber ich dachte, dass ich hier aufwärts habe. Ich dachte, ich habe ein Video gemacht, wenn ich hier aufwärts habe. Aber ich wollte mich nicht mehr aufwärts. Ich wollte mich nicht mehr aufwärts. Und gerade wenn wir die Fähne haben, die wir nicht mehr tun haben, dann können wir uns hier sehen, das wir hier sind, wie uns es ist, das wir hier haben, das ist es Interesse. Ich will mich über André noch mal sehen, was ich hier bin. Was ich hier bin, ist, dass wir hier kommen und dann können wir die Fähne kommen, weil wir sagen, wie das Wohntag der Route gehen, das ist. Ich hatte immer wieder ein Hinz, das ich auf der Bühne fahre, wenn ich nicht roth. Ich bin ein bisschen so, dass es nicht roth geht. Ich bin ein bisschen roth. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017